Ja, die Farbe ist da. Dann würde ich das jetzt mal einstreichen. Also, bis gleich. Et voilà. Ja, ich habe das auf den Boden gestellt, aber egal. So, hier sind noch ein paar kleine Rüsten. Nehmen wir mal weg. Ein paar Korkrüsten. Ja, ich weiß, das ist Projekt 2. Das kommt ein bisschen spät, aber okay. So, hier habe ich ein bisschen so grün drauf gemacht. Hier kommen die Stationen. Hier ist dann, was macht das hier alles? Hier ist dann die Straße. Hier Schienen. Und hier habe ich schon ein bisschen Grünzeug. Aber mir ist das Grünzeug ausgegangen. Und deshalb würde ich mir irgendwie noch besorgen. Und das hier dann alles mit Graswasser und so eingetreichen. Von der Grunde von mir so viel Kork ist, das soll ein Hügel sein. Wenn ich dann so mache, wie da. Ein bisschen besser. Soll es dann aufsehen. Ja, dann war das jetzt Block 2, sage ich mal. Das ist kein richtiger Block, aber ja. Okay. Und ich kann euch jetzt noch was anderes zeigen. Das ist Neptun Refreshment. Oder so erstmal. Vielleicht wird es noch angemalt. Ich habe das erstmal so gemacht. Als Pappe. Dann, was haben wir hier noch? Dann habe ich hier noch irgendwie so ein Haus oder Schuppen. Dann noch so Haus oder Schuppen. Alles aus Pappe gemacht. Und der Barbershop aus, äh, um Haaresbreite. Hier habe ich das extra aus Pappe gemacht, damit ich das rausnehmen kann. Damit Doug da reinfahren kann. Ja. Die sind noch andere, aber die zeige ich euch bestimmt ein anderes Mal. Und ja, ich glaube, das war es das erste Mal. Aber hier noch als extra mein McLean Thomas. Ein 2013er Wonderberry Gesicht. Das muss man fokussieren, wartet. Dann habe ich hier vorne eine Kette. Äh, hinten das so rot angemalt. Bisschen Kohle reingefüllt. Ja, das ist mein modifizierter McLean Thomas. Ich habe hier auch NW gemalt für Noof Western. Und ja, das war es dann damit auch. Bis dahin. Und Tschüss.